hallo meine lieben es gibt ein tutorial von mir ja ihr habt richtig gehört ein tutorial ich mache ja eigentlich keine tutorials aber ich habe mir gedacht für das ein oder andere thema bei dem ich dann auch so einigermaßen weiß wovon ich rede werde ich dann doch jetzt mal das ein oder andere tutorial machen grund hierfür ist dass es ja doch immer wieder themen gibt die interessant sind die meisten der youtube videos darüber sind in englisch und auch viele der webseiten sind in englisch das gibt sicherlich auch das eine anderen deutsch aber es ist halt eher selten und daher habe ich gedacht ich mache natürlich jetzt nicht noch mal ein englisches ich habe auch schon mal ein video gemacht über sinnbrief sondern das machen wir auf deutsch for those that do not understand german there is going to be a link in the description pointing to a for my taste very good example of a simbrief tutorial from easyjet simpilot he shows you around the simbrief website and also shows you how to create a flightplan for the fs 2020 a320 neo ja aber wie gesagt das ganze ist hier in deutsch und ihr seht auch schon wo wir hier sind wer simbrief noch nicht kennt ist tatsächlich eine eine lücke die man schließen sollte weil simbrief ist so ziemlich eines der besten tools dass vor allem kostenlosen tools dass wir simmer haben ist jetzt einige jahre her dass das ganze angefangen hat und wird natürlich durch spenden am leben gehalten ich habe mir angewöhnt jetzt jedes jahr eine entsprechende kleine spende zu machen damit einfach die betriebskosten gedeckt sind und so weiter da bin ich aber nicht der einzige und es ist auch absolut nicht zwang dass sie das tut das ist euch überlassen aber wenn ihr simbrief so wie ich dann regelmäßig nutzt dann würde ich sagen lohnt es sich dass man auch ein bisschen ab und zu mal hilft wie gesagt keine großen beträge notwendig aber ja macht sinn ihr werdet doch wahrscheinlich dann also falls ihr es noch nicht kennt werdet ihr dann nach diesem tutorial wissen warum ich das so sage ja was ist simbrief das ist ein simulator briefing ja dafür steht simbrief im prinzip und es ist eine webseite bei der euch am schluss ein operationaler flugplan erstellt wird der verdammt nah an dem ist was in der realen welt benutzt wird allerdings durchaus mit dem fokus auf simulieren sprich auf die üblichen verdächtigen fsx prepared explain und jetzt auch fs 2020 das ist das tolle daran und es wird von von leuten betrieben beziehungsweise auch unterstützt und und da von der community unterstützt die alles simmer sind und die wissen was wir simmer so brauchen wenn wir vernünftige flugplanung machen wollen wer das gar nicht machen will braucht vielleicht nicht unbedingt jetzt simbrief zu kennen aber wenn man irgendwie auch nur ansatzweise einen vernünftigen flugplan zusammenstellen möchte und auch eine entsprechende planung machen möchte zum beispiel reicht dann mein treibstoff oder wie viel treibstoff muss ich mitnehmen dann ist simbrief meiner meinung nach die beste adresse es gibt auch andere tools es gibt auch pfx zum beispiel das ist ein schon finde ich sehr komplexes tool das einem erlaubt flugpläne ganze schedules zu machen so wie eine richtige airline also zum beispiel für virtuelle airlines eventuell auch interessant aber gibt zwei nachteile erstens es ist ziemlich teuer und zweitens man muss auch jährlich wenn man frische daten haben möchte muss man jährlich wieder geld bezahlen damit man zugang zu den zu dem server bekommt und drittens jetzt noch ein dritter punkt es ist ziemlich kompliziert am anfang also man hat eine relativ große lernkurve um um das programm zu verstehen und auch optimal zu nutzen es ist ein tolles programm es ist auch sehr sehr akkurat es ist wirklich gut gemacht ich habe es auch aber ich muss sagen sinnbrief ist für den täglichen simulator bedarf ist einfach viel einfacher viel schneller und kostenlos das kommt noch dazu so schauen wir uns mal ein bisschen an was das alles gibt ihr seht hier so erbaut das ist da geht es um generelle informationen ihr müsst euch anmelden also wenn ihr noch keinen account habt einfach auf kreate an account gehen ich glaube nicht dass es die seite auf deutsch gibt also ich habe zumindest nicht gesehen create an account legt einen benutzer an ist wie gesagt kostenlos kein problem unter dem ihr euch dann anmeldet und dann gibt es hier das dispatch system das ist da wo wir eigentlich dann dran arbeiten und ja dann noch hilfe da gibt es den user guide und den empfehle ich dringend dass ihr euch den auch mal durcharbeitet weil ich natürlich hier nicht alles abdecken kann was es da so gibt in dem ding das muss man auch ganz klar sehen und dann noch gibt es das support forum leider auch auf englisch daher schauen wir mal dass ich euch hoffentlich genug an die hand gebe dass ihr damit arbeiten könnt falls ihr das ganze nicht sowieso schon in und auswendig kennt so wie ich inzwischen gut schauen wir mal erbaut rein weil das ist ja auch eine interessante frage aircraft types also die die flugzeug typen da ist ja so dass ich halte mal ganz kurz die zeiten fest nicht wundern ich versuche euch nämlich dann ein inhaltsverzeichnis zu geben die flugzeugtypen aircraft types das fing relativ klein an und ist inzwischen eine ewig lange liste geworden super ja das ist kein nachteil und die wird hier übrigens nach ranking also nach popularity sortiert und wie man sehen kann ist der a320 so ziemlich dass flugzeug was am häufigsten verwendet wird nicht zuletzt weil wir ja jede menge a320 typen haben nämlich den auf den den aerosoft auf fsx prepared und wie heißt der andere fällt immer der name das ziemlich teure ding was war auch im prepared haben dann vielleicht faktor im explain in a320 auch den jar design und im fs 2020 natürlich den a320 neo und ich glaube dass viele leute am liebsten den a320 verwenden so zum fliegen vor allem wenn es entspanntes fliegen ist ohne große realismus und realitäts nähe das zweite ist dann tatsächlich die boeing 737 800 da ist sicherlich die pmdg zu nennen auf der microsoft lockheed seite und der die siebo ganz eindeutig die siebo im explain im fs 2020 gibt es ja noch keine naja und der rest sieht man dann auch so a321 a319 das sind möglicherweise auch die tolles typen dann kommt die boeing triple seven tatsächlich der erba ist a350 da wird auch aber da sieht man schon das ist um einiges niedriger dann das andere was das hier zeigt diese spalte ist wie akkurat sind die werte also wie nah an der realität sind die werte so dass man den flugplan auch ziemlich exakt bekommt alles was grün ist und high drin stehen habt ist ziemlich nah an der realität und funktioniert mit kleinen abweichungen die natürlich auch einfach wetter bedingt oder oder bedingungen die halt zum flug herrschen kann können eben auch abweichungen verursachen fair bedeutet ja dass die werte sind nicht schlecht sie funktionieren im großen und ganzen aber man hat nicht genug zum beispiel nicht genug wirklich reale reale daten zum beispiel im fall vom a350 ist hier der flight faktor mit ziemlicher sicherheit ich kenne keinen anderen a350 zumindest der der einigermaßen auf realitätsniveau ist im explain hier der a350 900 da da hat man werte die man aus irgendwelchen screenshots und und realwelt flugplänen sich irgendwie erarbeitet hat und und angaben die halt vielleicht doch von airbus kommen aber man hat natürlich keine echten erfahrungswerte man ist aber nah dran das heißt es genug leute haben dieses profil benutzt und das man ist nah dran an dem was was man zum beispiel an streifstoff verbraucht und und wie lang man fliegt und solche sachen also fair bedeutet man kann sie benutzen es ist okay man hat keine probleme damit aber es ist nicht so realistisch oder so nah dran wie das bei den highs ist und es gibt tatsächlich auch einige unknowns unknown heißt schlicht man hat zwar ein profil und man sieht hier auch eine menge x aber ob das wirklich ja wie realistisch das jetzt ist weiß man nicht in solchen fällen kann man zwar das profil benutzen um den flugzeug typ festzulegen aber das kann dann bedeuten dass der die die berechnete flugplan der treibstoffverbrauch und sowas dass das nicht unbedingt hinhaut ja und das sind eigentlich so da gibt es noch average das heißt in fällen wo man eben noch weniger informationen hat die die a220 100 da ist eben nur sehr viel nur sehr wenig von den aspekten abgedeckt und man sieht hier auch viele rote x also da sieht man hier dann haben wir hier chart data cost index und tla data also der cost index ist ja bei bei airlinern wird ja benutzt um naja schon einen einfluss zu nehmen auf wie viel treibstoff auf einer route verbraucht wird das ist natürlich so ein magisches dreieck wenn man den kost index sehr niedrig setzt dann versucht der flieger möglichst wenig zu verbrauchen wie macht er das in dem a von der höhe her muss man natürlich dann schauen dass man auf einer höhe ist die ja sagen also je höher desto theoretisch weniger verbraucht man das kann aber natürlich kompensiert werden durch ungünstige winde also da gehört natürlich mehr dazu als einfach nur den den kost index zu setzen aber der flieger versucht dann durch langsamere geschwindigkeit und damit auch natürlich weniger weniger triebwerkleistung versucht er halt den treibstoffverbrauch zu minimieren und da gibt es dann bei den echten fliegern natürlich hoch mathematisch und was weiß ich was ausgerechnete formeln dafür die funktionieren natürlich im großen und ganzen nur die reale welt natürlich dann mit sich verändernden bedingungen können natürlich dafür sorgen dass man doch wieder mehr oder weniger treibstoff verbraucht weil es ja dann doch der wind doch ein bisschen anders ist oder die bedingungen anders sind die temperaturen anders sind aber der kost index gibt eine eine ungefähren indikation und zeigt einem dann auch an mit welcher geschwindigkeit man fliegen soll was man da im prinzip dann auch ins fmc einprogrammieren soll ja ich will es auch gar nicht mehr so weit auf die anderen sachen gehen ihr seht schon bei den guten fliegern sind alle drei grün angekreuzt hier und bei den nicht so guten sind halt weniger grün und bei denen wo man gar nicht so genau weiß wie die citation x hier ja mei da hat man halt einfach diese informationen nicht also oder es gibt auch gar keinen kost index denn ich alle flieger fliegen mit kost index vor allem nicht die kleinen so eine biva zum beispiel die kennt sowas gar nicht die kennt nur starten und dann läuft der sprit durch die röhre gut das ist das wo wir gerade von flugzeugen sprechen ihr habt natürlich auch die möglichkeit die sogenannten saved airframes es ist möglich dass ihr euch für euren flieger ein eigenes profil definiert und das zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz als nächstes bevor wir dann uns noch andere interessante features anschauen wir sind hier in dieser dispatch fleet also in dem teil wo halt die flieger drin stehen und ich habe ja eine reihe schon selbst angelegt das sind selbst angelegte profile die basieren aber oder die müssen basieren auf einem bereits vorhandenen also man kann zwar für einen nicht existierenden flugzeug typ einen eigenen machen muss dann aber als grundlage erstmal ein vorhandenen aircraft type nehmen um ihn dann zu bearbeiten was ich am häufigsten benutze weil ich im augenblick auch meistens mit der siebo fliege ist ich habe hier mir ein 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 profil hin gemacht dass ich an die zumindest als ich es angelegt habe vorherrschenden werte angepasst habe man sieht hier so ein bisschen auch ne also b 738 mit cfm triebwerken das ist hier so eine hapag leute kennung ich weiß nicht ob es den flieger als solches noch gibt und weltkategorie medium performance code c ich habe das natürlich aus dem basis typ b 738 entnommen das heißt vieles davon steht so auch in dem in der standarddefinition der 737 800 naja und dann so equipment zeugs das nicht uninteressant für watz im und die alveo weil da kann durchaus sein dass ihr also bei leo weiß ich dass das teilweise dass sie darauf achten dass man diese ganzen equipment codes richtig hat die haben mir diese standard equipment codes und falls euer flieger irgendwie noch anders ausgerüstet ist oder so dann könntet ihr hier theoretisch auch noch eure eigenen hier mit definieren man kann ja auch noch extra flugplan info mit rein machen das ist item 18 im flugplan hier tue ich zum beispiel sowas eintragen das tue ich nur nicht ins profil jetzt ein weil ich natürlich nicht immer streame wenn ich online fliege nur zum beispiel die max passengers da übernehme ich natürlich dann die werte die wir so kennen und auch die gewichte habe ich natürlich an das was in der siebo definiert ist man muss ab und zu mal reinschauen ob nicht über die revision der der siebo sich diese werte ändern ja und passenger welt geht er jetzt erstmal von einem default wert aus 104 kilo sollte das anders sein und das habe ich ehrlich gesagt für die siebo jetzt noch gar nicht verifiziert das müsste ich noch mal nachgucken falls die siebo ein anderes default gewicht nimmt als 104 kilogramm dann heißt natürlich wenn ich die passenger zahl setze dann würden die gewichtswerte natürlich nicht mehr übereinstimmen zwischen dem was wir in der siebo haben und dem was hier im sinn brief plan ist das habe ich noch gar nicht kontrolliert das müsste ich mal machen tatsächlich ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen dass das hier schon alles relativ nah an der realität ist mein default cost index ist 35 beim world flight gewesen bei normalen flügen mache ich eigentlich normalerweise 25 deswegen trage ich den auch wieder ein und es gibt airlines die sogar mit einstelligen zb easyjet glaube ich bei den airbussen fliegt mit einstelligen kost indizes hier habt ihr noch die möglichkeit wenn euer treibstoff verbrauch abweicht von dem was den brief da immer ausrechnet weil zum beispiel nicht mit einem der typen fliegt die hier abgedeckt sind durch die standard profile sondern das vielleicht eine variante und einem anderen simulator oder so und ihr merkt einfach das haut nie so richtig hin da fehlen immer oder es sind immer zu viel treibstoff dabei dann könnt ihr hier mit dem fuel faktor p für positiv und ich glaube m von meines war das ne könnt ihr hier plus oder minus so einen faktor angeben und dann wird halt einfach ein bisschen weniger oder ein ein bisschen mehr treibstoff berechnet und das müsst ihr einfach dann ausprobieren bis ihr bis bei euch der fuel faktor stimmt und im allgemeinen dann die planung so nah wie es geht an der realität dran ist das macht man natürlich nicht wegen paar kilogramm sondern das macht man wenn man immer was weiß ich 1000 2000 auf sagen wir mal deutschland flügen ist man immer um zwei drei tonnen daneben oder so also ist jetzt ein übertrieben aber wenn wenn ordentlicher wert immer ist vor allem wenn es zu niedrig ist dann sollte man tatsächlich den viel faktor anpassen damit natürlich auch die planung entsprechend ist und euch auch ein höherer zum beispiel treibstoff wert genannt wird von sie im brief was ihr als block viel tanken sollten das ist die flotte und jetzt zeige ich euch noch ein weiteres nämlich die sogenannte datenbank die habe ich bis vor kurzem eigentlich nie benutzt aber ich habe festgestellt das ist gar nicht mal so übel was das ist und das zeige ich euch jetzt so wir sind jetzt in der datenbank database und da habt ihr hier erstmal so einen leeren schirm und dann sind hier so diese etwas klein geschriebenen dinger und da gibt es wetter und notams die sind notams und auch das wetter verbinden sich tatsächlich mit mit realen wetterdiensten da draußen ja das heißt ihr bekommt echt daten also das was tatsächlich draußen ist zumindest das mein verständnis dass das keine wazim daten sind oder so sondern das sind echt daten und das ist ganz toll das sind natürlich alles frei verfügbare services für die niemand geld verlangt denn sonst wäre das hier ja gar nicht möglich denn man kann natürlich jetzt also der sinnbrief könnte jetzt nicht denn ich dafür bezahlen dass wir solche dienste benutzen das sind freizugängliche sachen da könnt ihr theoretisch auch direkt hin aber ich finde es toll dass man das hier so schön verbunden hat da gibt es hier zum beispiel das airport weather da kann ich hier meinen flughafen eddm eingeben mache ich submit und dann bekomme ich meta und taffen artist und fd falls vorhanden natürlich ja und da kann ich jetzt zum beispiel sehen dass wir zurzeit es ist 7 46 ich mache mal wieder eine frühe session weil ich eigentlich nur morgens ein bisschen zeit habe so richtig dinge zu machen und die energie auch dazu habe ja sieht man jetzt hier zum beispiel wir haben wind fünf mit zwei knoten wir haben wolken ja es ist grau draußen inzwischen ist ja auch das tageslicht kommt langsam ich kann es also draußen sehen brauchen 7 4005 das sind alles so wolken kurz das heißt wir haben mehrere wolken schichten der kuren h-wert der luftdruck ist 1000 und sechs millibar und no significant changes also es wird keine es gibt keine wesentlichen wetterentwicklungen und es ist natürlich kalt naja kalt es ist null mit einem taupunkt von minus null also mehr oder weniger null grad wir hatten schon schlimmeres in den letzten tagen also ist auch durchaus mainz minus gegangen aber heute ist eigentlich relativ okay wir hatten schnee gestern aber jetzt im augenblick sieht es nach diesem wetterbericht hier sieht es jetzt erstmal so aus als ob schnee heute zumindest heute vormittag kein faktor ist ja das ist das da dann gibt es die sogenannten sigmets das heißt significant meteorological conditions und wie man sieht ist da im augenblick für münchen nichts angesagt das heißt alles kein problem würde jetzt ein schneesturm auf uns zukommen dann ist es sehr wahrscheinlich dass wir hier irgendwann so ein sigmet drin stehen haben wo halt dann der schneesturm angekündigt wird mehr oder weniger es gibt auch charts da muss man eine region auswählen kann man in verschiedener art machen kann man wieder hier beim drop down oder man wählt halt hier eine region aus das ist jetzt hier zum beispiel europa und afrika also man sieht hier den nordafrikanischen teil hier noch ein bisschen und europa und da sehen wir das war eine ganze reihe von dicken wolkenfeldern haben das hier sind alles so wolkenfelder ja die kann ich auch draußen sehen also wir haben total bedeckten himmel und das ist halt schön grau winter herbst und winter grau halt ne und dann sieht man hier auch so frontenübergänge auch wo die dann sind in welche richtung und natürlich an den frontenübergängen kann es kann es zu niederschlägen kommen kann es auch zu turbulenzen kommen und so weiter ja es ist ein schöner überblick also das wetter ist nicht toll heute also wenn man jetzt heute fliegt fliegt man a viel mit wolken und natürlich auch an der einen oder anderen stelle gibt es dann auch niederschläge und solche sachen wie man solche karten genau liest das ist eine wissenschaft für sich das macht man jetzt heute nicht dafür da sprengen wir dann im prinzip das tutorial das wird sowieso lang genug auch ohne dem so dann gibt es diese ua d charts auch hier kann man wieder gucken dass es im prinzip sind dass die winde und da kann man außerdem noch auswählen auf welche flugfläche es gibt so verschiedene ebenen für die die winde erfasst sind und man sieht sehr schön dass über dem atlantik ich mache da mal in flugfläche 340 einige ziemlich fette windrosen hier sind ja das hier sind windrosen in denen geht es ordentlich ab also naja dünner und fieseliger die sind sowas damit so eineinhalb strichli und so die die strichen hier am ende übrigens geben aussage über die windstärke je mehr striche und je dicker und so weiter desto heftiger ist das ganze und die temperaturen die das also die zahlen die daneben stehen das sind temperaturen also wir haben in flugfläche 340 minus 57 55 naja je nachdem wo wir sind aber so im allgemeinen ist also um die minus 50 grad auf flugfläche 340 ich könnte jetzt natürlich auch hier gehen und auf 5000 fuß runter gehen und dann sieht man dass wir hier im bereich von minus 1 minus 3 grad sind und mit sehr schwachen winden das heißt diese sehr starken winde auch über dem atlantik sind in höheren höhen obwohl auch hier sieht man diese schwarzen marken und so weiter je fetter und dicker und auffälliger so eine windrose ist desto heftiger ist der wind das ist meine laien beschreibung von dem da gibt es sicherlich noch viel mehr details was da rausholen kann ach ja und wenn ihr wissen wollt wie das aus dem all aussieht dann könnt ihr auch hier so eine karte wählen und euch die angucken und da sieht man auch dass diese dicken wolken bereiche hier die hier jetzt über europa liegen und wir sind unter diesem jahr also ich wobei deutschland ja dieses dieser bereich ist tatsächlich der obere den 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 der schon vorbei glaube ich oder oder wenn dann sind wir am ausläufer aber was man auch sehen kann es gibt eine durchgehende dunschschicht ja so sieht das übrigens aus wenn keine wolken sind also relativ schwarz dunkel aber hier ist das alles so hell das heißt hier ist eine eigentlich eine geschlossene wolkendecke vom satelliten weil man guckt sozusagen nicht bis runter wenn es frei ist dann sieht es ungefähr so aus wie hier wenn es so eine dunschschicht so eine wolkenschicht gibt dann sieht das so aus wie hier oder eben auch wie hier wobei wir ja mehrere haben wir ja vorher gesehen ja dann gibt es noch diesen airport fia notams da kann man zum beispiel zu einem flughafen entsprechende real world informationen abrufen ja da sind so er sind im prinzip notams notice to airman heißt das also informationen oder ja notizen für den für den piloten und ist immer ganz interessant kann man zum beispiel mal gucken due to maintenance of mndb also dass mne das munich east ndb wird zurzeit irgendwie hat eine maintenance am laufen für randwind 08 links daher ist ein bestimmter approach nämlich der ndb approach tempo suspended dann darf man also im augenblick nicht fliegen das ist natürlich jetzt für uns nicht so interessant interessant finde ich dieses datum hier 23 mai 2019 das kann sein dass es seitdem ist oder was keine ahnung also effektiv 9 dezember 2020 bis zum 11 dezember also morgen um 1200 zulu ist das wieder vorbei aber im augenblick darf man zum beispiel im echten münchen keinen ndb approach machen das sind so diese notices und auch hier das finde ich immer so ganz toll dass man eigentlich wenn man das bisschen realistischer machen will dass man hier solche sachen sieht track system ja das ist nat für north atlantic tracks das ist wenn ihr über den atlantik fliegt dann sind hier notams zum zu den routen zum beispiel wäre das so hier ist gibt es den den track nur eine track beschreibung genau und dann amendment number one ja also informationen das sind ja notams wie gesagt ne und da könnt ihr theoretisch euch diese eastbound north atlantic tracks flugflächen sind 320 bis 400 inklusive also wenn man auf diesen tracks fliegt muss man irgendwo zwischen 320 und 400 sein und ist gültig für heute ne moment was war es zehn genau zehnter von heute ein uhr zulu also von zwei uhr morgens bis um neun uhr morgens und das heißt ab neun uhr also in etwa einem knapp nicht mehr ein bisschen über einer stunde wird das hier wieder neun report geben weil dann ist 0800 zulu also neun uhr erreicht hier nach meiner zeit dann wird ein neuer hier ausgegeben so das ist die database und als nächstes gucken wir uns mal die sektion meine flüge an meine flüge sind flüge die ich schon mal irgendwann eingegeben habe die ich noch fliegen wollte oder was wir hier seht das sind die flüge zum world flight ich habe nämlich hier alle flüge die ich also alle flüge des world flights von denen ich gedacht habe dass ich sie vielleicht fliege weil sie passen von der zeit her und so weiter die habe ich nämlich schon mal durchgeplant geflogen bin ich dann nicht so viele davon sieht man hier unten nämlich die dispatch history dispatch history heißt das sind flüge die ich mal kreiert und auch gespeichert habe und ich dann tatsächlich auch mit mit sinn brief durchgeplant habe und dann auch wahrscheinlich geflogen bin sieht man hier zum beispiel das sind genau die flüge mit denen nicht dann im world flight also hier zum beispiel von brisbane nach nach sydney das war der letzte flug der 701 siebter tag erster flug zum beispiel oder was war das ja ja das war der 501 das ging von weiß ich gar nicht mehr genau woher ging ich kann ich kenne die codes jetzt gerade nicht naja also das zeigt so ein bisschen dass ich die flüge teilweise gar nicht dann zu ende geplant habe sondern weil es dann schnell gehen musste habe ich teilweise einfach mit mit sim toolkit pro das dann gemacht aber hier seht ihr dass ich eine ziemlich große zahl von flügen vorbereitet habe und da ist alles drin von der flugroute so wie es auch der world flight vorgegeben hat das flugzeug ist natürlich die idee hfb die ich für mich definiert habe habe ich hier die genau departure teilen dass es die die aus dem schedule kam also wird vielleicht ist ja ein sehr durch organisiertes event und das hatte ich mir hier schon vor zwei monaten oder drei monaten schon die mühe gemacht das alles hier einzugeben und auch die planung zu machen und so könnt ihr das auch machen wenn ihr also flüge vorbereiten wollt dann kann man die schon mal vorbereitend hier reintragen man kann sie dann auch speichern und wenn ihr sie gespeichert habt seht ihr sie hier das ist meine flüge und jetzt gucken wir uns mal an wie wir so einen neuen flug machen wird new flight da klickt ihr hier oben drauf oder hier dann kommt ihr in diese in diese dispatch options und vielleicht info und wie sie alle heißen diese ganzen sektionen und die gucken wir uns jetzt mal einzeln an im großen und ganzen was ihr hier in diesem macht ist dass ihr möglichst viele benötigte informationen zu eurem flug dem sim brief gebt vieles kann man automatisch ermitteln lassen also das ist ja das schöne an sim brief man muss jetzt nicht jedes mal alle einzelfaktoren und so weiter berücksichtigen sondern zb den world flight ich hatte ja ein profil ich hatte auch ein gewisses gewicht das habe ich dann halt eingegeben und weil der flieger war immer grundsätzlich gleich bestückt also im prinzip habe ich glaube ich fünf personen gehabt und 1000 kilogramm cargo sozusagen das war es immer damit sind wir durchgeflogen und der rest war treibstoff und der bestimmt sich ja aus der flugroute ja vielleicht bevor wir dann an den flug selber gehen zeige ich euch jetzt mal ganz kurz die aircraft types und wenn ihr hier drauf klickt das erkennt ihr jetzt wahrscheinlich schon nämlich die von mir gespeicherten sind hier oben und hier unten habt ihr die auswahl aus diesen inzwischen riesigen menge von vorhandenen profilen wenn ich für den world flight oder auch generell wenn ich mit der sievo fliege benutze ich die idee hfb zumindest als profil und damit ist bereits einiges vorgegeben zum beispiel gibt ja hier diese 35 vor die ich werden das wird vielleicht vorgegeben hatte ich habe das dann teilweise sogar drastisch erhöht um schneller zu fliegen während des world fleiß also da habe ich dann teilweise 75 oder sowas benutzt damit wir möglichst schnell sind denn gut treibstoff ist jetzt in meinem fall ja ist ja alles simuliert da war mir dann lieber dass ich sagen wir mal von der geschwindigkeit her auch mit den anderen einigermaßen in der nähe der anderen bin und nicht zu langsam bin weil mit einem niedrigen kostindex natürlich fliegt man langsamer und dann wird man auch von den 7 4 7 und so weiter überholt und damit ich dann natürlich nicht sagen wir mal hinten ankomme also ich fliege zuerst los und komme dann irgendwie als fünfter oder sechster an und vor mir sind dann viele leute also habe ich dann teilweise in ziemlich großen kostindex eingegeben und habe aus dem flieger rausgeholt was ging das ist dann so geschwindigkeitsmäßig machen 0,8 gewesen hat natürlich entsprechende folge für den für den treibstoffverbrauch aber das gute am sinn brief ist das hat er halt damit berücksichtigt und ich habe sowieso noch mal ein bisschen was drauf gemacht für alle fälle ja ihr seht also jetzt hier ist das klein profil das kommt natürlich aus dieser definition von von der 737 dann haben wir hier das descent profil auch das ermittelt er selber der viel faktor ist hier null weil das profil ist sehr akkurat und hier ist wie gesagt kostindex 35 man kann hier auch vorgefertigte zum beispiel ich kann hier sagen dass ich mit mach 0,8 fliegen möchte ja dann rechnet er den flugplan so aus dass wir mit machen 0.8 fliegen und es geht mit der 737 aber wie ihr seht ist das auch eine der höchsten einstellungen die man machen kann und hätte ich auch machen können aber ich habe es halt dann immer ein bisschen abhängig gemacht von von wie der flug ausgesehen hat das sind die advanced aircraft options die ihr machen könnt und die andere stelle die ich euch zeigen möchte ist ist diese selections die einstellungen das layout unter anderen nämlich ofp layout ist das so wie der flugplan nachher dargestellt wird in dem dokument dass er dann bekommt ihr bekommt am schluss einen operational flight plan ofp und der ist default mäßig im sogenannten lido format das ist auch ein format das ich tatsächlich das möchte ich so haben ja dass das lido format weil ich finde es sehr gut ich habe mich auch daran gewöhnt obwohl ich manche sachen nicht immer auf anhieb finde es also ein bisschen scrollen angesagt ist ein großes dokument aber ich kenne es ja inzwischen das heißt aber nicht dass ihr das benutzen müsst sondern ihr könnt natürlich zum beispiel das von der lufthansa verwendete format verwenden oder das von easyjet verwendete format die weichen dann teilweise ab teilweise ziemlich viel ab aber am schluss stehen ja doch immer die gleichen informationen drin nur anders formatiert an anderen stellen in anderer form und wenn man tatsächlich eines der hier bereits abgedeckten profile von einer airline kennt die nicht lido sind dann kann man das hier tatsächlich einstellen lido ist übrigens von der lufthansa das heißt ich gehe davon aus dass der dlh typ dem lido sehr ähnlich sieht weil ist ja lido gehört ja zur lufthansa im prinzip gut units kilogramm oder pfund das fängt jetzt ein bisschen davon ab wir in europa fliegen ja mit kilogramm aber in usa ist es dann eher sowas wie pfund und dann könnt ihr das hier umstellen contingency fuel kann man vorgeben einen faktor vorgeben oder man nimmt automatik und auch beim reserve fuel macht eine automatik die liegt bei 30 minuten glaube ich im allgemeinen man kann hier aber auch zum beispiel sagen reserve für 90 minuten das hätte ich jetzt natürlich zum beispiel machen können da hatte ich gar nicht daran gedacht während des world flugs ich habe mich immer eine stunde dazu gemacht was also bedeutet dass wir immer ein reserve fuel von 90 minuten hatten ich habe das ein bisschen umständlich dann unten immer eingegeben und erst später ist mir gekommen hättest ja eigentlich hier auf 90 minuten gehen können dann hätte er das automatisch mit einberechnen hätte ich das nicht jedes mal vorgeben müssen gut er ist halt so wichtig wenn ihr einen flugplan für den simulator extrahieren wollt dann müsst ihr die telt nach log anhaben wenn ihr das ausschaltet dann gibt jetzt keine flugpläne zum laden ja denn und dann sind übrigens auch die ofps viel simpler weil er dann viele angaben gar nicht nicht so mit rein macht also das die telt nach log solltet ihr anlassen damit ihr auch exportieren könnt und das dann in eurer fmc reinladen könnt außer ihr wollt natürlich immer den flugplan eingeben etops planning das seht ihr jetzt ist bei mir aus das ist extended twin engine operations die brauchst ihr nur wenn ihr über lange strecken über wasser fliegt also zum beispiel eine atlantik überquerung da müsst ihr mit einem etops zertifizierten flieger wir theoretisch fliegen wie im simulator können natürlich auch ein nicht etops zertifizierten nehmen hauptsache der Sprit reicht und da macht er eine richtige ETOPS-Planung und da hängt dann wiederum ab, was für ein ETOPS-Rating der Flieger hat. Da gibt es so 180 Minuten, 270 Minuten glaube ich. Also es gibt so verschiedene Ratings, das hängt vom Flieger ab, wie lange er mit einem Triebwerk, falls ein Triebwerk ausfällt, darum geht es ja im Prinzip, weil bei zwei Triebwerken haben wir ja nur zwei Triebwerke. Wenn eines ausfällt, dann muss dieser Flieger noch in der Lage sein, so und so viele Minuten, das ist beim ETOPS 180, halt 180 Minuten noch zu fliegen, um einen Ausweichflughafen zu erreichen. Und dann macht der SIM-Brief diese ETOPS-Planung und zeigt die euch dann auch in der Karte an. Das heißt, ihr seht dann, je nachdem, wo man dann auf dem Atlantik ist, wo man dann hinmüsste, wenn jetzt da ein Emergency auftritt und man den Ausweichflughafen anfliegen muss. Die Step Climbs ist auch etwas, was ihr für einen Airbus-Flug innerhalb von Deutschland und so nicht brauchen werdet, sondern eher für die Heavies, also für eine große 747-Cargomaschine, vollgepackt bis zur Stehkrause. Die ist schwer, da ist sowieso schon der Treibstoff ist auch volle Kanne, was weiß ich, das Ding geht gerade noch so von der Runway los. Da werdet ihr nie und nimmer auf die endgültige Flughähe in einem Rutsch kommen, denn der Flieger muss erst mal Treibstoff verbrennen, um leichter zu werden. Und dafür gibt es diese Step Climbs. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie man die ausrechnet. Es gibt auch verschiedene Standards, nach denen das berechnet wird. Auf jeden Fall ist die Idee, dass Simbrief euch sogar berechnet, wo ihr ursprünglich erst mal die erste Höhe, die ihr einnehmt und dann ab wann es dann möglich ist, dass man mit einem sogenannten Step Climb, den muss man natürlich mit ATC dann absprechen, wenn man online fliegt, dann zum Beispiel 2000 Fuß höher fliegt oder also auf einer vielen Fall auf eine höhere Flughöhe geht, weil die dann möglich ist. Am Anfang ist die nicht möglich und es kann mehrere Step Climbs nötig sein, bis man an seiner eigentlichen Reiseflughöhe angelangt ist. Hängt wie gesagt davon ab, wie schwer euer Flieger ist, was das für ein Flieger ist und so weiter. Also bei einer 747 auf längeren Strecken ist das durchaus normal, dass man da so mindestens einen Step Climb noch mit drin hat. Runway-Analyse, das benutze ich jetzt normalerweise nicht, aber da würde er halt gucken, ob es irgendwelche Kontaminierungen gibt, sprich liegt Schnee, Eis und solche Sachen und auch andere Faktoren, die natürlich auch eure Landung oder euren Start beeinflussen können. Die Note-Times, wir haben schon ein bisschen gesehen, die kann man sich mit anzeigen lassen. Ich schalte das ab, weil das sind Dinge, die machen das Dokument ziemlich groß, was da rauskommt. Das PDF haben für mich aber als Simulator-Pilot meistens nur einen geringen Nährwert. Vor allem, weil ja im Simulator vieles von diesen Sachen überhaupt nicht so gelten. Ist aber mal so aus Interesse, kann man das einschalten und dann hat man halt viel zu lesen. Könnt ihr euch dann ansehen. Die Flight-Maps, das sind diese Art von Karten hier, die kann man in einem detaillierten Format, das mache ich auch normalerweise oder man tut sie sehr simpel oder man macht gar keine, weil man nur den reinen Textdruck haben möchte. Kann man auch machen. Also vor allem, wenn man sich das Ding tatsächlich ausdruckt, macht das Sinn, dass man die Karten eventuell nicht druckt. So, ja, das war das. Die zusätzlichen Angaben, das sind diese hier noch, ganz kurz. Also auch hier ist es möglich, Scheduled Flight Time, also man kann hier schon mal Sachen vorgeben. Wenn ich zum Beispiel die geplante Flugzeit ist, eine Stunde dreißig, das muss nicht heißen, dass der Flug wirklich eine Stunde dreißig fliegt. Aber wenn ich sowas vorgebe und ich sage ihm dann auch, wo wir hinfliegen wollen und gebe ihm hier auch den Flieger und so weiter vor. Wenn wir vorgegeben haben, von der Airline zum Beispiel, dass wir in eine Stunde dreißig Minuten Flugzeit, dann versucht er die ganzen Parameter hier anzupassen, also Geschwindigkeit und so weiter, Fuel und sowas, um diese Scheduled Flight Time auch zu erreichen. Das kann auch daneben gehen, das kann auch sein, dass er es nicht schafft, weil es einfach nicht passt. Dann muss man halt einfach länger fliegen, aber man kann in einem gewissen Rahmen, kann natürlich die Planung so gestaltet werden, dass man versucht, diese eine Stunde dreißig zumindest theoretisch zu erreichen. Und benutze ich eigentlich so gut wie nie, aber habe ich einmal verwendet beim World Flight, um zu sehen, was er dann ausrechnet, im Gegensatz zu, wenn ich ihn einfach machen lasse. Jetzt waren die Routen beim World Flight nicht so kritisch, es war alles nicht so eng und ich hatte ja auch einen leichten Flieger und so. Das heißt, eigentlich kam da kein großer Unterschied bei raus, aber wenn ihr im Marginalbereich seid, also vom Gewicht her und vom Treibstoff und so weiter und auch vom Wetter her, dann kann es sein, dass er da eventuell dann ein bisschen was anders ausrechnet. Ja, und hier die Pilot-ID ist übrigens die von Simbrief, nicht etwa vom Watt-Sim. Ja, Zero-Fuel-Wate, das berechnet er euch alles selber. Ihr könnt natürlich jetzt Cargo vorgeben, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, wir haben 5,7 Tonnen Cargo oder ihr gebt auch die Passagiere vor, wenn ihr nicht wollt, dass ihr hier den Standard nimmt. Eine 160 ist ja das Maximum, sagen wir mal, wir haben 128 Passagiere. Dann rechnet er aus, was das mit seinen Standardwerten an Gewicht ist. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Route. Vieles von dem, was wir jetzt gemacht haben, könnt ihr natürlich theoretisch vorher schon festlegen, aber ganz wichtig ist natürlich, dass man ihm auch jetzt erstmal sagt, wo es hingeht. Und da gibt man auch gleich die Flugnummer ein, die wird dann auch zum Beispiel für das Vorflugplan einreichen bei Watt-Sim und Iveo genutzt. Wir departen mal von München und fliegen mal zu dem leider nicht mehr real existierenden oder geöffneten Berlin-Tegel, dass der Alternate in Dänemark sein soll. Naja gut, darüber lässt sich streiten. Ich lasse es einfach mal so. Er gibt euch hier nämlich ein Alternate vor. Wann fliegen? 10. Dezember, das wäre heute. Und in einer Stunde, wie spät haben wir es jetzt? Jetzt ist es 8.11 Uhr. Ne, in etwa 20 Minuten würde ich dann abfliegen. Das bezweifle ich. Also das schaffe ich auch unter normalen Bedingungen nicht. So, und ihr seht schon, er hat euch bereits eine Route vorgegeben. Wenn ich hier mal so runterspringe. Die könnt ihr jetzt natürlich nehmen, wenn die passt. Oder ihr habt eine, zum Beispiel beim World Flight hatten wir die vorgegeben. Dann könnt ihr diesen Text ohne den Anfang- und Endflughafen hier direkt reinpasten und dann sagen, analyze the route. Ja, dann guckt er, ob das passt. Ob das mit eurem ARAC und so weiter, der berücksichtigt auch übrigens Navigraph ARACs, ob das zusammenpasst, ob das funktioniert überhaupt. Und hier sind aber auch schon eine ganze Reihe von vorgeschlagenen anderen Routen, da sind teilweise halt Varianten drin. Teilweise sind sie sehr ähnlich, teilweise sind sie eben doch um einiges anders. Und man kann sogar noch mehr Routen abrufen, indem man hier drauf geht. Und dann sieht man auch hier, für welchen ARAC die gültig sind. Und da sieht man also, es gibt hier über Anker, über Akini, über Eviva verschiedene Abflugrouten und einfach auch verschiedene Routen, die aber zum gleichen Ergebnis führen. Also ihr habt hier die Freiheit, eure eigenen zu machen, wenn ihr irgendein anderes Tool habt, das euch den Flugplan ausrechnet, nur zu. Wenn ihr das alles nicht habt, könnt ihr einfach das übernehmen, was SimBrief macht. SimBrief holt sich übrigens die Routen aus einer Reihe von Quellen. Ihr seht hier, ihr könnt übrigens auch direkt drauf gehen und könnt dann zum Beispiel das FlightAware aufrufen, den SkyVector aufrufen und könnt dort euren Flugplan auch teilweise selber eingeben und planen und dann übernehmen, indem ihr halt dann diesen String da reinkopiert. Ihr seid also komplett frei. Ich mache das meistens so, dass ich, außer ich muss einen bestimmten Flugplan nehmen, ich übernehme einfach das, was hier drin ist. Und dann sieht man hier auch auf der Karte, wie das aussieht und wo zum Beispiel der Ausweichflughafen ist. Das mit dem Ausweichflughafen, dass ich jetzt hier nach Kopenhagen fliege, das glaube ich jetzt nicht. Dann würde ich wohl eher versuchen, irgendwo in Deutschland. Idealerweise, wenn das Wetter nur in Tegel oder wenn die Bedingungen nur in Tegel schlecht sind, dann würde man versuchen, vielleicht in EDDB. Nur EDDB ist sehr nah dran. Also auch schon der alte Schönefeld ist natürlich sehr nah. Das heißt, wenn das so eine Wetterlage ist, die sich über ganz Berliner streckt, dann nützt natürlich EDDB nichts. Aber dann würde man eventuell Potsdam oder so was oder Leipzig nehmen oder so. Ich weiß nicht, ob man da in ein anderes Land fliegen würde, wenn man innerdeutsch fliegt. Gut, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ihr könnt das übrigens auch jederzeit ändern. Ihr könnt hier euren eigenen angeben. So, wenn euch das alles so gefällt, wie ihr das seht, dann drückt ihr hier auf Generate Operational Flight Plan. Und wenn ihr euren eigenen Flugplan kreiert habt und so weiter, dann lohnt es sich, dass ihr vielleicht auf Safe Flight drückt, für den Fall, dass ihr nochmal rein müsst. Denn die Flüge, die man nicht gespeichert hat, die sind nur so lange aktuell, bis man ein New Flight oder sowas macht und dann gehen die verloren. Wenn man aber Safe Flight macht, dann hat man die in seiner Liste drin, wie ich es euch am Anfang gezeigt habe. Bevor ich jetzt auf Generate Operational Flight Plan drücke, zeige ich euch aber noch zwei andere Optionen. Also das erste war, hatte ich schon gesagt, Customize den Alternate Airport. Da könnt ihr tatsächlich hier gehen und könnt sagen, ich brauche einen. Das kann auch mal mehrere sein. Man kann auch zum Beispiel sagen, avoid, zum Beispiel ich, HCH, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, avoid that. Und dann mache ich mal Find Alternate und dann sucht er mir einen anderen. Bin ich gespannt, auf was er da kommt. Jetzt sind wir in Schweden gelandet. Ja, gut. Es gibt auch sogenannte Take-off Alternates. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr zwar in München losfliegt, aber dann gleich wieder zurück müsst, aber die Bedingungen in München so schlecht sind, dass man in München eigentlich gar nicht landen kann, sondern nur ein Take-off machen kann. Es ist schon ein Unterschied. Also die Suppe kann schon relativ dick sein. Oft kann man dann aber noch ein Take-off machen. Nur der Anflug ist dann eventuell fragwürdig, vor allem wenn sich die Wetterbedingungen kurzfristig ändern. Es kann also sein, dass man beim Losfliegen noch, alles war noch marginal, aber okay. Bis man dann den Emergency hatte oder was auch immer der Grund ist fürs Zurückkehren und so weiter, kann es dann passieren, dass man nicht mehr dort landen kann. Und Enroute-Alternates, das ist vor allem für Langstrecken. Da könnt ihr euch Alternates entlang der Route geben lassen und auf die Art und Weise auch einen Flughafen schon mal definieren, wo man vielleicht während der Strecke dann ausweicht, falls das notwendig ist. Sowas vorher zu wissen, ja, in den meisten Fällen, glaube ich, wird das auch so gar nicht gemacht, sondern wenn was auf der Strecke passiert, dann findet man den Alternate ad hoc, weil es kommt da natürlich stark darauf an, wo man ist. Gerade bei längeren Strecken natürlich nützt es nichts, wenn der Alternate noch irgendwie hunderte von Meilen weg ist, man aber eigentlich schnell runter muss, da sucht man sich dann natürlich den Alternate. Aber man kann natürlich auf bestimmten Strecken, das ist sogar, glaube ich, Pflicht, dass man Alternates, zum Beispiel in Strecken, wo sehr hohe Berge sind, also Himalaya und so in diesen Bereichen, wo halt über lange Strecken kaum Möglichkeiten sind, schnell zu sinken und zu einem Flughafen zu gehen, da plant man das schon mal ein bisschen vor. Da kann man bereits ein Alternate vorplanen, sodass es dann schneller geht mit dem Ermitteln oder so. Also ich habe da auch mal das eine oder andere in diversen Videos und Artikeln gelesen, ja. Aber ich bin ja kein echter Pilot, kann das auch nur so ungefähr sagen. So, nachdem ihr das jetzt hier alles so schön ausgefüllt habt und wie gesagt, ihr müsst das alles nicht benutzen, übrigens historisches Wetter, ganz kurz, es ist möglich, dass ihr euren Flug mit einem alten Wetter, also mit einem historischen Wetter plant. Ihr müsst dann nur dafür sorgen, dass euer Wetter-Tool, zum Beispiel ActiveSky kann das, dass euer Wetter-Tool dann natürlich auch historisches Wetter kennt und euch dieses historische Wetter einspielt. Sonst hilft euch das natürlich nicht viel. Ich habe das schon ein paar Mal benutzt und habe da auch ein paar vorgefertigte, hier zum Beispiel 6. April, das war tatsächlich, da habe ich Testflüge gemacht und habe das Wetter für den 6. April 2020 vorgegeben, 1200 Zulu. Und mit dem ActiveSky habe ich es geschafft, dann auch genau diese Wetterbedingungen von diesem Tag wiederherzustellen. Und dann könnte ich also einen Flug planen, den es so schon mal gegeben hat womöglich und kann ihn dann mit relativ realistischen Bedingungen planen. Wird man jetzt nicht häufig benutzen, aber ist als Option auch da. Und der Routefinder, da kann man, das ist nochmal ein erweitertes Interface, falls ihr partout keine vorgefertigte Route finden könnt, dann könnt ihr euch das hier auch mit Hilfe des Routefinders nochmal versuchen, selber zu machen, also eine Custom Route zu bauen. So, ich drücke jetzt mal hier auf Confirm. Und dann seht ihr das hier. Das ist jetzt ein durchgeplanter Flug. Ihr seht hier auch nochmal die Karte, die man auch bewegen kann. Ihr könnt hier übrigens SIGMETs und VETA, also diese ganzen Overlays, die könnt ihr euch hier einblenden lassen. NRTs, Airways, also das kann man beliebig komplex machen, dieses Kartenmaterial hier zum Angucken. Hier sieht man zum Beispiel Regengebiete. Kann man sehen. Dann habe ich hier auch Airways. Das macht es natürlich ein bisschen unlaserlich, deswegen schalte ich das wieder aus. Und da sieht man, dass zum Beispiel dieser Flug, wenn wir den jetzt tun würden, der wäre relativ trocken. Da haben wir nur ein ganz kleines Regengebiet. Und ja, also das kann man natürlich hier auch, kann man hier noch ein bisschen verändern. Gibt also verschiedene Möglichkeiten. Man kann das sogar animieren, dass man sieht, wo denn so ein Regengebiet über die Zeit hinfliegt. Also ist schon inzwischen ziemlich sophisticated, was die hier machen. Ja, und das ist euer Operational Flight Plan. Das ist jetzt diese Vorschau und im Lido-Format. Und da seht ihr jetzt hier verschiedene Sachen. Über das, was hier drin steht, da mache ich mal ein eigenes Video, sonst wird das hier jetzt definitiv zu lang. Ich werde auch versuchen, natürlich wie üblich, eurem Video hier auch die Zeiten wieder mit reinzugeben, sodass ihr springen könnt. Und dann würde ich sagen, in einem zweiten Video, für das ich jetzt augenblicklich gar keine Zeit habe, sondern das mache ich dann halt an einem der nächsten Tage, werde ich euch dann mal so einen Operational Flight Plan nochmal auseinandernehmen und euch dann erklären. Gut, ich bin unter einer Stunde geblieben. Aber ihr seht, es gibt so viel zu zeigen. Das ist eben kein Ding, was man in fünf Minuten abhandeln kann. Und ihr werdet auch ein bisschen brauchen. Übrigens, wenn ihr diese Dispatch-Options hier habt, ihr habt dann die Möglichkeit, den Flug nochmal zu editieren. Dann müsst ihr ihn nochmal planen. Ihr könnt euch das PDF runterladen und ausdrucken zum Beispiel, wobei Druck heutzutage natürlich nicht mehr so ist. Ihr könnt ein Preflight machen. Wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr das bei Watsim machen, bei Iveo, bei Pilot Edge oder bei diesem neuen Postcom-Network. Ihr habt die Möglichkeit, FMS-Dateien runterzuladen. Da seht ihr hier, also inzwischen gibt es so ziemlich viel alles, was wir so im Simulatorleben verwenden. Auf allen Plattformen gibt es inzwischen Exports dafür. Von PMDG über Aerosoft über AIVLA Soft und Flight Factor und X-Plane und FSX und Prepared und so weiter und so weiter. Sogar im Skyvector-Format kann ich das machen. Und dann kann man sich das Ganze, wenn man hier draufklickt, dann importiert er nämlich den Flugplan hier in Skyvector und dann kann man das sogar hier im Skyvector sehen. Na, den Flugplan. Also ist schon phänomenal. Es gibt auch, zu eurer Information, einen sogenannten SIM-Brief-Downloader. Nennt sich das. Das kann man runterladen und installieren. Das ist ein Programm. Der verbindet sich mit eurem Profil, also das, was ihr hier angelegt habt, und holt sich immer die Flugpläne des letzten geplanten Flugs. Das wäre hier in diesem Fall dieser hier. Und da kann ich ganz automatisch, kann ich mir vom SIM-Brief-Downloader diese Dateien dann runterladen. Außerdem kann der SIM-Toolkit Pro, ein anderes schönes Tool, das ich auch schon vorgestellt habe, der arbeitet im Prinzip mit SIM-Brief, der macht seine ganze Flugplanung mit SIM-Brief und lädt euch dann auch automatisch, naja, halbautomatisch, ihr wählt halt aus, was ihr haben wollt, der lädt euch dann die entsprechenden Flugplan-Dateien runter und damit könnt ihr die dann im Simulator nutzen. Also, ist schon richtig cool. Ach ja, und wer es wieder mal realistisch haben möchte, der kann auch einen sogenannten Validation hier machen. Da überprüft er, oh, er überprüft nicht mehr, sorry, nicht mehr automatisch, aha, hat die Ressource has been removed at the request, aha. Also, früher konnte man sich seine Route tatsächlich prüfen lassen, hier bei Euro, also dieses Euro-FPL, IFPS Validation, das ist leider nicht mehr möglich, das habe ich gar nicht gemerkt, ja. Ich habe es nicht oft benutzt, ab und zu habe ich mal, habe ich mal nur so spaßeshalber das da probiert. Man kann es offensichtlich immer noch machen, manuell, aber diese automatische, das ist leider, das gibt es leider nicht mehr. Schade. Na gut, also, SIM-Brief.com lohnt sich auf alle Fälle, wenn ihr es noch nicht benutzt habt, dann haben wir, diese Wissenslücke haben wir jetzt geschlossen und also, wenn ihr irgendwie auch nur annähernd vernünftige Flugpläne haben wollt und dafür nichts bezahlen wollt, there you go. Das ist die Adresse dafür. Gut. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig, aber ich glaube, damit habe ich so ziemlich alles abgedeckt, was ihr mit SIM-Brief machen könnt. Es kann sein, dass das eine oder andere noch an zusätzlichen Gimmicks jetzt nicht gebracht hat, aber für das, was ich normalerweise nutze, das haben wir alles abgedeckt. Gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020